Jetzt haben wir jetzt hier gesagt, ich kase mir eine Treppe. So bin ich dazu gekommen. Das war wahrscheinlich schnell die Treppe mitgebracht. Ja, drei und zwei Wochen bei den Rennen. Alles klar, dann lass mal kranken jetzt hier. Wir sind ja da im Kopf, wenn es geht los, Nummer Nummer 1, 2, 3, hinter uns der große Bremsstelle. Und jetzt, ich komme mal an den Rettung, der ist wackelt hier wieder auf den Rettung. Und dann soll ich ein Schau. Die größte Gefahr bei der Königsflasche ist ja immer, dass die Brotung nicht so verhängt. Die Brotung nicht, dass die hält, weil die auch gerade neu gemacht sind. Und wir sind jetzt hier mit neuem Kasten. Und das ist nicht unbedingt sicher, dass wir das gleich noch haben. Aber wir fahren und wir haben uns hier mit der Brotung rausgeliehen. Und die Brotung ist super ausgeliehen. Wir haben es wohl.